Herzlich Willkommen zu TTT mit Moller spielt Josh, Luke, Magnus Wargames und Foxy Ja hi Ja hi Schön, dass ihr wieder da seid bei uns im Pumfbunker Es geht mal wieder richtig ab Ich bin häufiger nicht Mr. Wargames? Ja gell? Das ist Mr. Hi Games, aber ja Trotzdem TTT Danke dass du da noch 30 Kugeln drin hast Jans sagt Woller, das Luke, Rele Hi Games Ich dachte Woller wäre gegangen gewesen Wie hast du mich eben eigentlich gemacht Von hinten mit der Papi Achso mit Foxy Ja das ging auch ganz gut Sie hat mich selber gewundert, dass du One-Hit warst Jan ich habe nicht mitbekommen, dass du Luke gemacht hast Weil ich gerade so in die Folge war Ich wollte versuchen die Türen zu schließen Ja Luke war doch last kill War Luke last kill? Ja die sind an meiner Märtyra in Zeit gleich gestorben Das war halt so just im selben Moment Deswegen habe ich es auch nicht mitbekommen Just Falls ihr es verpasst habt Leute schaut natürlich in der letzten Folge nochmal rein Heuja 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 Geht doch gar nicht Wem kann ich denn vertrauen? Mir Mir nicht, mir kann niemand vertrauen Mir kann man niemand vertrauen Ja Ich bin echt so Du hast so golden die jetzt Vor allen Dingen siebte Klasse und so Wo alle so mega Kaugummi versessen waren Machst das Ding einfach Weißt du, deswegen habe ich mir diese Red gekauft Die mochte keiner Die fanden alle ekelhaft Ja die Zimttinger, ne? Die mochte auch keinen Stein Diese scharfen Zimttinger, ja Die waren eigentlich ganz geil Das ist wieder Ich verfolge dich scheinbar Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann waren die eigentlich ziemlich geil Ey Gute Waffen und Geld Schade, dass wir so Ja wenn man sich daran gewöhnt hat, waren die geil Richtig, deswegen habe ich die ja gegessen Der Möhler Der Möhler Bei Juicy Fruit war es zumindest aber immer so, dass wir ungefähr alle Oh geschützt, geschützt Der Stuhl hat sich bewiegt Der Stuhl hat sich bewiegt Du hast mich einfach auf diesen Stuhl gestossen Weil der sich bewegt hat Der hat sich so bewegt wie jetzt Also du bist wahrscheinlich dagegen Warte mal, warte Ja Juicy Fruit kann man aber relativ schnell erklären Die ersten zwei Minuten hast du einen Popkorb in der Fresse Und danach kommst du auf den Dichtungsring rum Ist schon jemand tot? Weil er hat sich so Ja hier ist ein Er hat sich ein Stuhl bewegt Kannst du es nicht einfach umkippen? Ja, du musst es einfach nur hauen mit der Crowbar glaube ich Oder wegschießen sogar Okay Moment Mann, ne shotgun Huch Ah! Sie hat mich getroffen Ah! Was tust du? Hau uns doch einfach! Oh Gott! Wir hauen es doch! Wir hauen es doch! Wir hauen es doch! Weil ich von der anderen Seite kam Ich habe es ja entdeckt Ich habe es ja entdeckt Deswegen war es ja bei mir Also rein theoretisch hätte ich jetzt gesagt Das haben alle damage gefressen außer Luke und Magnus Deswegen sind es die beiden Weil das Ding nicht auf TS schießt Das haben alle davon damage gekriegt Ich war nicht da Ja wie gesagt Der Rest hat damage bekommen Ey gut Aber es ist halt auch die Sache Wenn das Ding schießt Kannst du das Traitor auch durchlaufen Ja du kriegst keinen Schaden Doch Echt nicht? Wenn der Schuss sich trifft doch bestimmt Nein, 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 nein Traitor kriegen keinen Schaden Traitor kriegen keinen Schaden vom Turret Traitor kriegen keinen Schaden vom Turret Deswegen eigentlich Meiner Meinung nach Es Luke und Aber es könnte auch jemand schon vorher Fall-Damage-Kristenlegert haben Das kann natürlich sein Also ich habe auf jeden Fall Zusammen mit Also ich habe auf jeden Fall Schaden bekommen währenddem Ja und ich habe hinter dir gestanden Als ich Schaden bekommen habe Äh, Jan kannst du etwas bestätigen Als du einen Schaden bekommen hast? Ja, 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 ja Komm ich da vorbei Ohne Schaden zu bekommen Ja, Nuller Mann Alles gut Ich höre einfach nur noch auf Das Ding nicht auf TS schieß Ja, ich höre diese Schüsse Der war auf TS an Ja, ja, eben Deswegen glaube ich auch Dass er auf TS schieß Wow, ich war wie geschossen Er ist nicht gestorben Man hat es tatsächlich gut gehört Mr. Hai Wo ist denn das jetzt? Mr. Hai Mr. Hai Das ist eine Lüge Das ist eine Lüge Das ist eine Lüge Ich habe nicht geschossen Das war Selbstverteidigung Mit Karate Okay, hier ist ein Tode Und das ist der Ich suche Mr. Hai Ich habe da hinten einen gesehen Aber das könntest du gewesen sein Ich habe keinen Namen bekommen Ich sehe halt keinen mehr Weil er stand nämlich auch hinter dem Geschütz Und nicht mitgemacht Und raufschießen und so hat alles nur beobachtet Und dann hat er gemerkt Das sind zu viele Und hat dann nicht drauf rumgeballert Das ist schon echt Hier ist keiner Da ist auch keine Ich habe keine Ahnung wie viele die noch sind Ich habe keine Ahnung wo ihr seid Eine Leiche habe ich gerade gesehen Ich habe Joschi auch gesehen Ich habe Joschi auch gesehen Aber das war es halt auch Das war nur Joschi bis jetzt Und ich such eigentlich die ganze Zeit noch mal Knarre Aber Ja die Finisher Ja I'm scared I'm scared I'm scared Oh Ich bin hier Du darfst ja auch hier sein Ist ja völlig okay Aber wenn mir einer eine Wumm ins Gesicht hält Weißt du Damit rechne ich nicht Das ist Ja alles gut What? What happened? Hä? Obertime ist vorbei Ah ok War jetzt der zweite T Das hätte mich jetzt mal interessiert Ja ich Ohohoho Ich habe keine gewonnen halt Ich hatte noch eine Flash Grenade Wollte ich die mal ausprobieren Aber es war doch so wie ich gesagt hatte Du guckst ja das schön an Und hast überlegt die alle mit der Schrotze wegzumachen Aber dann war es zu viele Achso ja Aber ich habe die ganze Zeit mit auf die Bleib jetzt mal bei der Gruppe Sogar drauf gehauen Dann gibt das ein Lade Also danach habe ich mir gedacht Hm Jetzt noch Man sieht sowas ziemlich gut Daran wie du dich positionierst Wenn man auf der Schilderspielerin Rassissers AHHHHH Discombo Warte mal da war doch irgendwo MOLA MOLA Nein MOLA wir spielen das Spiel Retto Spiel das Oh Gott Erschreck mich doch nicht so ey Discombo Party bei MOLA ey Ich wurde gerade angeschossen Auch Granate Wurde gerade angeschossen Dann kriegt man hier was Ansteigen willst du trinken Leider nicht mitbekommen von wem Braucht ein bisschen So kann der nicht Da ist ZE ZER ALASKA ZER ALASKA ZER ALASKA ZER ALASKA DÖ 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 Ich dachte eher so So Space-Stam Jam- симw Da hab ich wieder das Intro von Guardians of the Galaxy. Wo du aus Nightbox? Alles klar. Du wurde es angeschossen. Ja, ich wurde es angeschossen. Oh, da ist jemand. Foxy ist hier. Foxy, hallo. Hi. Warum haben sie Schaden? Weil ich angeschossen wurde. Von wem? Mir hat letztens ein Füchschen geswitchert. Oh Gott! Da ist immer noch der Foxy. Bauen Sie Tessa Fehler! Ja, ich hab grad... Eigentlich wohle ich hier durch. Also gerade raus. Nein! Lass mich doch hier weg, ey! Ach, Yoshi! Ja! Ey, ne bessere Waffe, endlich! Ja, geil. Geil, geil, geil. Oh, Molla, 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 Molla. Oh, oh. Ich hätt' ich schon. Oh, Oscar! Äh... 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 Das gibt's ja nicht Luke! Ich verschöße! Ja, der Luke, der hat auch den Detective geschossen. Ich glaube, der hat sich jemanden Headshot tatsächlich kassiert. Auf mich wird schon wieder geschossen. Luke war ein Traitor. Ja. Also ich bin jetzt gerade bei Yoshi. Ich bin jetzt beide so verwirrend. Äh... Ich bin sehr nah dran an Yoshi. Ich hab nicht viel HP. Ah... Okay. Ich hab dir grade schon mal... Ich hab dir grade schon mal gesagt, wenn, dann wärst du längst tot. Und das freut mich. Ach, ich spiel lieber ein bisschen krassier. Ach, ich spiel lieber ein bisschen krassier. Hast du gleich einen Treadpoint, um dich selber zu heilen? Okay. Ja, das ist eine sehr gute... Sehr gute Frage. Eure Schüsse? Das war ich. Geh mal raus. Ich find' hier keinen. Okay, da ist Mr. Hai. Mr. Hai ist der Ding. Nee, der ist nicht hier. Nee, ich mach' nix. Der sitzt doch nicht hier, um sich zu heilen. Dann will man das ganz heimlich in der Ecke machen, damit keiner weiß... Josh. 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 Josh, jetzt sitzt. Ich hör' ne Schüsse. Ah, ja. Gut, irgendwer ist tot. Ja. Äh... Haben sie sich beide gepötet? Moment, ich weiß... Moment, ich halt mal ausschau. Ja, das... Nee, das ist zweimal Josh. Hä? Warte mal. Was? Bin ich jetzt bekloppt? Hä? Das ist Foxy? Oh, das ist... Alles klar. Jetzt bin ich aber mal verwirrt. Nein. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hä, oder... Kevin, Rocco, Hugo, ich war das nicht. Das war Luke. Der lebt noch. Ihr habt ja noch nicht mitbekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das ist viel durch. Ich hab' nur den gegangen. Ach, stimmt. Luke ist ja auch noch da. Alter, ich bin angeschossen! Marc! Marc! Schieß doch nicht auf mich! Ich hab doch gar nichts getan! Ich schieße jetzt auf alles, was sich bewegt! Nein, nein, nein! Außer auf mich! Weil sonst hätt' ich dich schon längst getötet. Kevin, Rocco, Hugo, ich war das nicht! Ich seh' hier heute auch gar keinem mehr, ne? Da ist Luke! Komm schon! Komm wieder! Nein, ich will das nicht! Ja, komm! Ich spür's! Ja, komm! Ich spür's! Komm! Ja! Ach, verstehe! Aber warum haben wir dich zusammen in Date gebankt, Mann? Wir standen zu zweit da, ich fang' an zu schießen, du bist ganz woanders. Das ist richtig, Mann! Ich war nur der Snapper mit dem Date! Wir hätten zusammen den Date banken müssen! Ey, er hat mich doch verfolgt! Ich hatte 20 HP! Du hätt' einfach nur, wenn ihr irgendwo warten müsst! Ja, ja! Alles Ausreden! Alles Ausreden! Aber Foxy hat auch irgendwas richtig Gutes getan! Er hat minus vier Punkte! Ja! Alter! Magnus richtig am Rulen, ey! Achso, du hast mich gemacht! Luke zweimal? Oder wie sieht's aus? Luke, glaub ich, nur einmal! Wenn wir das zweite Mal aufs Konto von, äh... Wollah! Das ist weh, ey! 28 Punkte! Joah! Ja, die Runde ist schon GG! Ich hab's gut! Oh! Jetzt hab ich geschossen! Das ist noch ein Rifle! Das war knapp! Wirklich knapp! Nicht wohl auf die Grover gehen! Das ist die normale! Da ist der Liska! I'm the Tickly! Magnus! Weißt du was doof ist? Das Ding ist scharf as fuck! Ja, das glaub ich dir! Scharf as fuck! Scharf as fuck also! Wie hat man das zu verstehen? Säbelkampf! Komm her! Säbelkampf! Achso! Ich verstehe! Hör auf mit einem Säbelkampf! Nee, Säbelkampf! Go! Der Foxy! Nein, lass mich erst... Lass mich erst ein Säbel aufnehmen! Okay! Moment! Moment! Bleib mal schnell! Bleib mal schnell! Hast du das Ding noch in der Hand? Ja! Wenn du dich da hinzustellen, wo du gerade bist, dann hab ich keinen Säbel! Dann seh ich deinen Säbel! Ja! Da! Bisschen Säbel! Hier ist auch einer für dich! Ach da! Jan! 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 Nein! Tue ich es nicht! Ich hoffe du verreckst! Warte, 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 warte. Hä? Moment, was? Oh, oh, scheiße, ich habe einen Inno erschossen. Scheiße, ich habe Luke erschossen, weil er jemanden erschossen hat. Kann man dem glauben? Ja. Nein, ich habe den wirklich... Also, hier, Jan hat gerade Josch confirmed, dass Josch halt tot ist. und dann hat Luke Jan halt erschossen und ich dachte, ich hab nicht auf die Namen geachtet. Einfach drauf losgeschossen. So was würde nur ein Traitor tun. Ich glaube ihm kein Wort, Moller. Das würde nur ein Traitor tun. Verzeihung, aber das habe ich gestern erst in einer Fernsehserie gehört. Erst schießen, dann fragen. Ja, ich denke mal, es ist jetzt schon klar, dass ich es bin, ich weiß. So. Ich bin schon wieder kein. Mir ist vorbei, ich bin gerade in der Badewanne. Dann können wir mich gerne, ne? Okay. Okay. Oh! Ich habe einen Schiss verspürt und ich weiß nicht von wo. Ich habe ihn gehört. Oh, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Hier ist so ruhige Musik immer. Ja. Freut einen richtig. Freut einen richtig. Ja. Oh, da steht eine Turret, da steht eine Turret. Ach, wirklich? Mr. Hi? Nee. Mr. Hi? Ich dachte, wir hätten das jetzt schon geklärt, dass ich nicht so bin. Warum schießt man denn nicht auf mich? Hallo? Das kommt von hinten. Das ist aber nicht so schön. Das macht man im Gefängnis. Schade, Magnus. Schade, schön. Magnus Marquez von hinten. Der spanischste Name überhaupt. Magnus von hinten. Schade, schade, Magnus. Ja, das war aber wirklich schade. Ja, dann hast du verdient. Hast du verdient. Das war in dem Karma, right there. Ich betraue Josh in einem ehrenhaften Duell. Das war vor allen Dingen aber auch völlig klar, weil ich wusste, dass du es warst. Ich wusste, wo du warst. Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte ein Radar gekauft und der Tick sah noch so aus, als ob ich noch genügend Zeit hätte für einen fixen Konfer. Eigentlich wollte ich es ja schon. Trotzdem wusste ich auch was. Ich wusste, dass du es bist. Ja, aber du warst halt tatsächlich schneller da, als ich erwartet hätte. War halt Karma. Karma ist eine Bitch. Was verdient. Karma ist eine Bitch. Indie. Verdient gehabt. Och, jetzt habe ich meine gute Runde eben nicht aufgenommen, weil mein Platz weg ist. Josh, Josh, Josh. Jetzt. Ich höre nur, Josh, Josh, Josh. Dreh mich um. Moller ist hinter mir. Ich sage, hä? Jan? Josh, ich warte. Ich warte auf dich. Ja, bitte. Hast du die Shotgun gerade aufgehoben? Ja, die habe ich aufgehoben. Achso. Ich höre gerade auf einem Bett rum. Ich wollte sie gerade nehmen. Krall. Keine Stunde, danke Moller. Da gibt es hier eine. Was? War? Was? Ich glaube, ihr hättet mal einen Headshot bekommen. Hört sich so an. Ähm. Warum? Magnus, lebst du noch? Ich habe Adaska gefunden. Ja, ja, das ist der gut. Das könnte der Josh gewesen sein. Ich habe Adaska gefunden. Ich habe ein faires Messer-Duell mit ihm gemacht. Er hat in sehr planer Wand genommen. Ich eine Knife. Kann ich dafür, dass er nicht mit seinem Messer aufgeben hat? Was war das? War das gerade gepackt, oder was? Nee, die war gerade auf mir drauf. Ganz komisch. Das war ein faires. Warte, geht das noch mal? Nee, jetzt geht es nicht mehr. Okay. Okay. Mr. Highster. Kann ich mir mal eine Shotgun holen? Voila. Ist bei mir. Ich habe einen DNA-Scanner. Ist ja eine coole Sache. Kommt mega gut, ey. Kann ich jetzt gucken, wo die DNA von mir selbst ist. Das ist eine super Sache. Ich glaube, an Jan dürfte ich auch was hinterlassen haben. Vielleicht war ich auch ein bisschen irrigiert, weil... War schon sexy. Der kann... Ich höre nur diesen Schrei. Das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Schön, schön, schön. so wunderschön ach Moller Moller, Moller, Moller Faxi, Faxi, Faxi wo bist du denn? ich bin überall und nirgends wo ist überall und nirgends? ja überall und nirgends da ist das richtig? jedesmal wenn jemand dieses Ehrenhafte du abgelehnt hat die Traitor verlieren die Traitor die Runde 100 Leben yes weiblet Magnus zum Rundensieg ich war ich war ich war die ganze Zeit vielen Dank fürs Zuschauen schaut bei allen auf den Kanälen vorbei ja bis zum nächsten Mal und büß bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal